Willkommen zum Release Webinar für Cognigy AI 3.2. Heute wollen wir Ihnen vorstellen, was unser Team über die letzten drei Monate gebaut hat, denn wir haben genau vor drei Monaten Cognigy AI 3.1 herausgebracht mit vielen neuen interessanten Features für Conversational AI oder konversationelle künstliche Intelligenz, wie zum Beispiel Conversational Forms, ein Feature, auf dem wir mit diesem heutigen Release auch aufbauen werden. Wir haben heute im Call sowohl Cognigy Partner als auch bereits bestehende Kunden und Interessenten, aber auch viele Leute, die sich noch nicht viel mit Conversational AI auseinandergesetzt haben und Cognigy AI an sich noch nicht kennen. Daher möchte ich am Anfang vielleicht fünf Minuten darauf verwenden, zu erklären, worum geht es eigentlich bei Conversational AI und was ist Cognigy AI und wie kann es helfen. Danach springen wir direkt natürlich in Cognigy 3.2 und geben das Update, auf das hier die meisten Leute im Call warten. Beginnen wir mit Cognigy AI. Cognigy AI ist das, was wir eine Conversational AI Plattform nennen, also eine Plattform, auf der man konversationelle künstliche Intelligenzen aufbauen kann. Künstliche Intelligenzen, mit denen man entweder chatten kann oder natürlich auch über Sprache kommunizieren kann, zum Beispiel über Telefonleitungen, aber auch über Sprachassistenten wie Alexa oder Google Home. Im Chat-Bereich gibt es dort auch verschiedenste Kanäle. Das können Messenger sein, wie WeChat oder WhatsApp, können aber auch webgebundene Dienste sein, wie der Facebook Messenger oder natürlich kann es auch auf einer Website eingebunden sein. Diese konversationellen künstlichen Intelligenzen können dann, während Sie mit dem Kunden sprechen oder chatten, wiederum Drittsysteme ansprechen, also Enterprise-Systeme, wo Daten lagern können, wie zum Beispiel CRM-Systeme, ERP-Systeme, Buchungssysteme oder ähnliches. Wozu kann man konversationelle künstliche Intelligenz einsetzen? Wie bereits gesagt, es gibt diese verschiedenen Kanäle, über die man kommen kann und man kann verschiedenste Dinge damit machen. Der Hauptpunkt, wo es heutzutage eingesetzt wird, ist eigentlich der Kundenservice, dass Kunden zum Beispiel auf eine Website kommen können, dort mit einem Chatbot kommunizieren können und über den Chatbot dann Hilfe bekommen. Das können verschiedenste Dinge sein. Das kann die einfache Beantwortung von Fragen sein. Wo kann ich dies machen? Wo kann ich das machen? Das können aber auch wesentlich komplexere Dinge sein, wie zum Beispiel Buchungen ändern oder ähnliches. Der zweite Punkt, den wir im Markt sehr viel sehen, ist sogenannte Business Process Automation. Das ist die Prozessautomatisierung von Firmeninternen Prozessen. Also zum Beispiel HR-Prozesse, Prozesse im Einkauf und ähnliches. Also alles replizierbare Prozesse innerhalb von Großunternehmen, die über eine konversationelle Schnittstelle vereinfacht und angeleitet werden können. Es gibt viele weitere Einsatzmöglichkeiten, auf die ich gar nicht jetzt hier im Detail alle eingehen möchte. Es geht von E-Commerce-Bots bis hin zu konversationeller künstlicher Intelligenz, die eingebaut ist in zum Beispiel ein Auto oder in eine smarte Küchenmaschine oder ähnliches. Also wenn man sich eigentlich hinsetzt in einem Großunternehmen und schaut, wofür kann das Ganze eingesetzt werden, findet man etliche Use Cases, wo man konversationelle künstliche Intelligenz gut einsetzen kann. An dieser Stelle vielleicht eine kurze Demo unseres Systems und danach springen wir, wie angesagt, direkt in Cognigy 3.2. Sie sehen jetzt auf meinem Schirm Cognigy AI und zwar sind wir hier in einem Projekt. Wir sehen ein bisschen Analytics hier auf der rechten Seite und wir beginnen vielleicht mal einfach mit dem, was denn dann am Ende rauskommt. Man kann natürlich über verschiedene Kanäle ausspielen. Hier in der Demo benutze ich jetzt das, was wir einen Webchat nennen. Ein Webchat, also ein Chat auf einer Website eingebunden, jetzt hier mittig dargestellt. Es könnte auch unten rechts sein, wie das oft ist, wo wir einfach mit dieser konversationellen künstlichen Intelligenz chatten können. So, jetzt habe ich einen neuen User emuliert. Der User kommt also auf die Website und spricht jetzt mit einem Bot und der Bot sagt hier, wo würden Sie gerne in den Urlaub hinfahren. Ich kann dabei helfen, Hotels zu buchen in Tokio oder Bangkok und der Kunde könnte jetzt zum Beispiel, wir haben diese Demo jetzt hier auf Englisch, aber es geht natürlich auch auf Deutsch. Wir könnten jetzt sagen, I want to go to Tokio und dann bekommen wir ein paar Hotels in Tokio angezeigt. Jetzt können wir davon eins auswählen, dann bekommen wir den Preis und könnten jetzt da durch den Prozess gehen, eine Buchung durchzuführen. Wir könnten aber auch sowas sagen, zum Beispiel wie, oh, a bit expensive, how about Bangkok instead und bekomme jetzt dann Hotels in Bangkok angezeigt. Das heißt, ich muss gar nicht wissen, wie ich Dinge unbedingt sagen können muss, sondern ich kann einfach in natürlicher Sprache kommunizieren und kann dann über das System, das mich versteht, zu meinem Ziel kommen. Jetzt habe ich zum Beispiel hier dieses Hotel in Bangkok. Ich würde jetzt gefragt werden nach Ankunftsdatum, Abreisedatum, Vorname, Nachname, kann die jetzt nacheinander eingeben, nachdem ich zum Beispiel bestätigt habe, dass ich dieses Hotel buchen möchte, kann aber auch die Daten direkt alle zusammen eingeben, zum Beispiel indem ich jetzt sage, from tomorrow until next Monday und dann werde ich halt direkt nach meinem Vornamen gefragt und diese Daten werden nicht mehr abgefragt. Das vielleicht so ein bisschen zu der Art Intelligenz, die man dort zur Verfügung stellen kann und wenn man sich anschaut, wie das Ganze in Cognigy aufgebaut ist, es wird in sogenannten Cognigy Flows und Prozessen aufgebaut. Hier haben wir ein Cognigy Flow, eine grafische Abbildung dieser Konversation und diese kann ich auch hier drüber testen, indem ich einfach hier im sogenannten Interaction Panel mit dem Bot chatte und ich kann immer sehen, welcher Pfad denn da genommen wird. Beispielsweise ich wähle Tokio aus, wird dieser Pfad hier unten genommen und dann werden mir die Hotels in Tokio angezeigt. Wenn ich eine Veränderung machen möchte, gerade sehr einfach für nicht technische Nutzer, kann ich hier reingehen, kann einfach auf die Note klicken und kann jetzt hier den Content, also das, was denn da herauskommt, je nach Kanal sogar eigens bearbeiten. Das heißt, wenn ich über den Messenger komme, kommt beispielsweise diese Anzeige heraus oder über den Webchat, das ist das gleiche wie der Messenger. Wenn ich über Alexa komme, könnte ich etwas anderes eingeben. Beispielsweise könnte ich dort mit einem Aloha starten und dann dort dieses sogenannte Alexa-SSML eingeben. So viel vielleicht zu Cognigy allgemein und jetzt schauen wir uns an, was Cognigy 3.2 denn für Neuerungen bringt. Unsere Kunden fangen meistens mit dem Use Case der sogenannten FAQs an. FAQs sind sogenannte Frequently Asked Questions, also Fragen, die häufig gestellt werden. Gibt es ja auch bereits oft auf einer Website, wo wir dann eine Liste von Fragen und Antworten haben und viele unserer Kunden fangen gerne damit an, diese Fragen in einem konversationellen Interface abzubilden. Oft halt in einem Chatbot oder auch über so etwas wie Alexa. Das heißt, der Kunde stellt eine Frage, das System findet heraus, was könnte diese Frage meinen und liefert dann die korrekte Antwort. Eine andere Frage, eine andere Antwort. Was wir aber jetzt sehen, ist, dass viele unserer Kunden nach diesem ersten Schritt dann gerne den nächsten Schritt gehen möchten und eigentlich volle Prozesse automatisieren wollen. Und das ist das, was wir hier mit Cognigy AI 3.2 enablen wollen. Wir nennen es the era of conversational processes, also konversationelle Prozesse, Prozessautomatisierung über die Nutzung von conversational AI, also konversationeller künstlicher Intelligenz. Wie gesagt, die meisten fangen mit diesen FAQs an. Die sehen wir hier auf der linken Seite. Jemand sagt zum Beispiel, ich möchte meine Buchung ändern und der Bot sagt, Sie können Ihre Buchung ändern, indem Sie auf die und die URL gehen. Jetzt sagt jemand anders, hey, wo kann ich meine Buchung ändern? Dann weiß der Bot, okay, das ist zwar ein anderer Satz, der bedeutet aber das Gleiche, also gebe ich die gleiche Antwort. Wieder jemand anders kommt rein und sagt, hallo, wo kann ich meine Buchung ändern? Auch das hat die gleiche Bedeutung und bekommt die gleiche Antwort. Was der Bot also macht, ist, er gibt Informationen, hilft aber jetzt nicht wirklich dabei, das Problem des Kunden zu beheben. Das ist, wo die Prozesse ins Spiel kommen. Die Prozesse können dem Kunden dabei helfen, das tatsächliche Problem zu beheben und können direkt durch den kompletten Prozess beispielsweise einer Buchungsänderung führen. Wenn wir uns das Ganze mal in Prozesssicht anschauen, viele hier im Call, die vielleicht mal mit Business Process Management gearbeitet haben, kennen diese Art Graphen, die wir hier auf der rechten Seite sehen. Man kann also diese Konversationen auf eine Art Business Prozess mappen. Beispielsweise hier finden wir am Anfang heraus, was ist eigentlich der Intent, worum geht es eigentlich, was möchte der Kunde? Ach, er möchte seine Buchung ändern, dann fragen wir nach der Buchungs-ID und validieren diese. Dann fragen wir nach der E-Mail-Adresse und validieren diese und danach ziehen wir die Buchung aus einem Buchungssystem heraus. Jetzt haben wir hier auf der rechten Seite weiterhin die FAQs dargestellt. Das bedeutet, dass wir, während wir durch den Prozess gehen, natürlich auch weiterhin FAQs abfragen können. Das heißt, ich kann FAQ-Fragen trotzdem weiterhin stellen, auch wenn ich in diesem anderen Prozess der Buchungsänderung drin bin. Ein wichtiger Punkt ist, dass diese Prozesse mit Drittsystemen kommunizieren müssen. Beispielsweise gebe ich die Buchungs-ID ein, diese muss validiert werden. Das könnte lokal gemacht werden, das könnte aber auch über ein Drittsystem oder ein Stück Code gemacht werden. Dann wird eine E-Mail-Adresse eingegeben. Dort möchte ich herausfinden, gibt es diesen User überhaupt bei uns im CRM-System und frage zum Beispiel Salesforce ab. Nur wenn ich diese beiden Dinge bekommen habe, greife ich dann wiederum auf ein drittes System zu, beispielsweise ein Buchungssystem und hier in diesem Buchungssystem bekomme ich dann die Buchung des Kunden zurückgegeben. Es ist also ganz wichtig, dort mit verschiedensten Drittsystemen integrieren zu können, denn nur dann kann man tatsächlich Business-Prozesse automatisieren. In Cognigy 3.2 haben wir für diese Prozessautomatisierung mehrere neue Features zur Verfügung gestellt. Das erste nennen wir Conversational Processes. Conversational Processes sind die nächste Evolutionsstufe der Conversational Forms, die wir bereits vorher im Produkt hatten. Wir haben den grafischen Editor erweitert und haben die Möglichkeit gegeben, jetzt Actions aus Prozessen beziehungsweise vorher Forms heraus auszuführen. Wie man hier auf diesem Screenshot auf der rechten Seite sieht, kann man zum Beispiel einen User in Zendesk suchen oder dann Tickets aus Zendesk herausziehen oder auch einen User in Salesforce finden. Das Schöne ist, dass diese Actions in den Prozessen eigentlich Cognigy Flows sind, also auf der Power des Cognigy Flow Editors basieren und jeder kann diese Actions direkt bei sich im System bauen. Damit ist niemand darauf begrenzt, was Cognigy im System mitliefert, sondern wir können tatsächlich mit jeglicher Art Drittsystem integrieren, jegliche Art Logik in diese relativ simplen Prozesse einbringen und sie damit sehr powerful machen. Ein weiteres Feature, was wir eingebracht haben, ist, dass man jetzt Prozesse wieder neu starten kann, beziehungsweise in einen Prozess hereinspringen kann. Sprich, ich habe zum Beispiel einen sehr langen Prozess, der über 20 Schritte geht und nach 10 Schritten bricht der Nutzer diesen Prozess ab, weil er vielleicht etwas anderes machen möchte. Vielleicht möchte er einen anderen Prozess starten, vielleicht möchte er sich aber auch nur einen Kaffee holen gehen oder vielleicht hat er Arbeitsschluss und kommt am nächsten Tag wieder und möchte den Prozess dann wieder weiterführen. Der Prozess muss jetzt nicht neu gestartet werden, sondern man kann die bereits existierenden Resultate aus dem Prozess injizieren, sodass man jetzt den Prozess an der Stelle, wo man vorher aufgehört hat, weiterführen kann. Jetzt haben wir ja eben gesehen, dass das zweite Puzzleteil der gesamten Prozessautomatisierung die Integration ist. Integration ist natürlich ein etwas technischeres Thema, aber ist natürlich gerade für unsere Developer ungemein wichtig. Wir sagen, integrate with anything. Wir stellen Cognigy klar als Enterprise-Plattform auf und möchten es unseren Kunden ermöglichen, mit jeglichen Drittsystemen zu integrieren. Dafür haben wir das neue Cognigy Integration Framework herausgebracht, das es erlaubt, komplette JavaScript-Module zu schreiben und diese JavaScript-Module oder in diesen JavaScript-Modulen auch alle NPMs zu requiren, die es bereits am Markt gibt. NPMs sind vorgefertigte Module von zum Beispiel Firmen wie Microsoft, Salesforce, HubSpot oder anderen, die es ermöglichen, sehr einfach mit diesen Drittsystemen zu integrieren. Wenn man diese Module baut und ins Cognigy System lädt, werden diese Module dann Flow Nodes. Das heißt, ich kann mir zum Beispiel ein Salesforce-Modul installieren und von diesem Moment an haben dann meine Flows die Möglichkeit, mit Salesforce zu kommunizieren. Genauso können die Entwickler während der Entwicklung der Module festlegen, wie sollen die Module in der Cognigy UI aussehen. Was für Felder müssen angezeigt werden? Was für Informationen möchte ich von meinem Nutzer haben? Und das gesamte Management der Module passiert jetzt über die Cognigy UI. Das heißt, ich kann die Module in meinem System hochladen und verwalten und kann dort Informationen über die Module einsehen. Jetzt werden sich einige von den Entwicklern fragen, wie sicher ist das Ganze? Wie kann ich sicherstellen, dass die Verbindungsdaten, also die Credentials, Username, Passwort oder RP-Key, wenn ich zum Beispiel zu meinem Salesforce verbinde, dass ich die nicht in meiner Node stehen habe oder dass ich die nicht in meinem Flow stehen habe? Dafür haben wir das neue Konzept der Cognigy Secrets. Administratoren können auf Projektebene sogenannte Secrets erzeugen und die Secrets enthalten diese Zugangsdaten für die Drittsysteme. Diese Secrets sind stark verschlüsselt und werden in der Datenbank abgelegt und werden erst zur Laufzeit vom System entschlüsselt und den Nodes zur Verfügung gestellt. Das heißt, es ist für niemanden, der das System benutzt oder selbst für jemanden, der der Datenbank so gefahrt, möglich, diese Secrets auszulesen, weil dies nur für die Nodes möglich ist. Das vielleicht als Überblick von dem, was wir in 3.2 liefern, beziehungsweise einige der Features. Wir haben ja gleich noch ein bisschen mehr. Und ich zeige das Ganze jetzt auch mal direkt bei uns im System. Wir gehen also zurück zu Cognigy und beginnen vielleicht wieder mit einem Webchat. Diesmal der Support-Webchat. Diesmal emuliere ich direkt meinen richtigen User, damit ich nicht wieder im Agent hänge. Starte und dies ist der Cognigy Support-Webchat und dieser hilft unseren Kunden dabei, Informationen über ihre Support-Tickets zu bekommen. Jetzt komme ich rein und ich werde gesagt, okay, willkommen beim Cognigy Support. Wie kann ich helfen? Und ich sage zum Beispiel sowas wie, I have a question about one of my tickets. Der Bot erkennt, was ich möchte und fragt nach meiner E-Mail-Adresse. Diese gebe ich jetzt ein und der Bot macht jetzt einige Dinge für uns. Er sagt, let me see if I can find you. Guckt nach in unserem CRM-System, was HubSpot ist, ob ich existiere, findet mich, gibt Vor- und Nachname zurück und sagt, lass mich nach deinen Tickets suchen. Das Ganze ist jetzt hier vereinfacht dargestellt. Normalerweise würden wir natürlich sagen, okay, Sie wurden im CRM-System gefunden, bitte geben Sie uns Ihren Access-Token oder so etwas in der Art, aber für das Webinar haben wir diesen Schritt jetzt ausgelassen. Was jetzt hier nach der Suche im CRM gemacht wird, ist, wir führen jetzt noch eine Live-Suche in unserem Support-System, Sendesk aus und zeigen die Tickets hier in einer Liste und sagen, jetzt such dir doch ein Ticket aus, über das du sprechen willst. Ich suche ein Ticket aus, das Ticket wird geladen und ich könnte jetzt Fragen über dieses Ticket stellen. Genauso könnte ich hier reinkommen und sagen, okay, ich bin ein neuer Kunde, ich möchte einen Bug reporten. Jetzt werde ich nach einer E-Mail-Adresse gefragt. Ich sage zum Beispiel phil123456 at cogng.com Er geht jetzt ins CRM-System, versucht uns zu finden, kann uns aber nicht finden und sagt, okay, bevor wir anfangen können, gib mir doch ein bisschen mehr Informationen. Beispielsweise sage ich jetzt, okay, ich bin Phil, mein Last Name ist Heltewig. Was er jetzt macht, ist, er erstellt diesen User im CRM-System, fragt mich jetzt, ob ich ein Support-Ticket eröffnen möchte und führt mich jetzt durch diesen Prozess. Wenn ich jetzt in unser CRM-System schaue, was wir hier haben und ich nach der Person suche, die ich gerade erstellt habe, können wir sehen, dass der User tatsächlich direkt bei uns im CRM-System erstellt wurde und verfügbar ist, wenn er denn jetzt hier laden würde, dort und sogar direkt zur richtigen Firma zugeordnet wurde und so weiter und so fort. Wie funktioniert das alles? Wie enablt Cognigy diese Funktionalität? Wir haben die neuen Processes. Hier auf der linken Seite kann man diese einsehen und erstellen. Die Processes sind genau wie die Forms, die wir vorher hatten. Man kann jetzt noch eine neue Sache erstellen, aber auch die drei Elemente, die man vorher erstellen konnte. Man kann Messages erstellen, man kann Questions von verschiedenen Arten erstellen, man kann Conditions erstellen und man kann Actions erstellen. Wir beginnen also damit, nach der E-Mail-Adresse zu fragen, sagen dann eine Message, let me see if I can find you und führen dann find user in HubSpot aus. Wenn der User gefunden wurde, begrüßen wir den User und sagen dann, let me look up your tickets und suchen dann die Tickets in Zendesk. Wenn der User nicht gefunden wurde, sagen wir, looks like you haven't been here before, before we get started, I need some more information, what's your first name, last name und erstellen dann den User in HubSpot. Super simpel und ich kann als End-User, als Business-User ganz einfach Actions hinzufügen, ich sage eine Action und wähle mir dann die Action aus dieser Liste hier aus, die Action, die ich benutzen möchte. Jetzt stellt sich die Frage, wo kommen diese Actions her? Einige haben es vielleicht bereits gesehen. Die Actions sind auf der linken Seite hier Cognigy Flows. Wenn wir uns zum Beispiel die Find User in HubSpot Action mal anschauen, das ist einfach ein Flow, der ein Find Contact bei E-Mail ausführt und dann, wenn kein Contact gefunden wurde, also wenn HubSpot einen Error schmeißt, diesen Kontexteintrag wieder entfernt. Wenn wir da mal reinschauen, wir benutzen ein Secret, nämlich das HubSpot Secret, wo meine HubSpot Zugangsdaten drin sind. Die E-Mail-Adresse kommt aus dem Process, den wir vorher ausgeführt haben und das Ganze wird dann in den Kontext unter HubSpot abgespeichert. Gucken uns nochmal einen anderen an. Beispielsweise Find Tickets in Zendesk. Der Find Tickets in Zendesk Process ist etwas komplexer. Da machen wir einen sogenannten Zendesk Query. Dann, wenn wir ein Ticket gefunden haben, formatieren wir die Tickets auch direkt und geben sie in Form einer Liste aus. Das kann man grafisch machen. Das habe ich jetzt hier über Code gemacht, um es mir einfach zu vereinfachen und um zu zeigen, wir können natürlich auch in den Processes vollen Code benutzen. Was das also bedeutet, ist, dass Super-User oder Entwickler diese Art Actions vorbereiten können und dass Business-User diese dann nutzen können, ohne wissen zu müssen, was für eine Komplexität steht eigentlich dahinter und wie kann ich das Ganze einsetzen. Ich muss nur wissen, und das kann ich hier in diesem Informationsfeld rausfinden, was brauche ich für diese Find User & HubSpot Funktion? Aha, ich brauche eine E-Mail. Gut, das heißt, ich muss eine E-Mail-Frage haben und sobald ich diese E-Mail-Frage habe, kann ich diese Action nutzen. Viel einfacher geht es eigentlich schon kaum mehr und viel mächtiger geht es eigentlich auch schon kaum mehr, weil das bedeutet, dass wir nicht oder dass Sie als unsere Kunden und Partner nicht davon limitiert werden, was Cognigy mitliefert, sondern Sie können tatsächlich jede Art von Action selber erstellen, jede Art von Logik selber erstellen, jede Art von Integration selber erstellen. Das bringt mich zum Cognigy Integration Framework. Man hat ja jetzt zum Beispiel hier in dem Find User & HubSpot Flow gesehen, wir haben hier eine HubSpot Node. Da werden sich jetzt einige der schon älteren Cognigy User gefragt haben, wo kommt diese Node eigentlich her? Es gibt einen neuen Menü-Eintrag, der da Modules heißt und dies sind Module, die ich bei mir ins System installiert habe. Bei mir ins System heißt, bei mir für meine Organisation, was heißt, für jede Organisation existieren existieren diese Einträge eigens. Natürlich hat nicht jeder jedes Modul. Bei HubSpot haben wir jetzt eine Anzahl von Funktionen, die dieses Modul bereitstellt. Bei Zendesk beispielsweise eine andere Ansammlung von Funktionen. Diese Module können ins Cognigy System über den Punkt Integration Framework hereingeladen werden, indem ich einfach ein Cognigy Modul hier reinziehe. Das ist ein verschlüsseltes, gezipptes Paket und dann erscheint es hier in der Liste mit Informationen, auch wie die Secrets aussehen müssen und Ähnliches und können dann in den Cognigy Flows benutzt werden. Soviel zu den Processes und zum Integration Framework. Jetzt ist natürlich die Frage, müssen diese Module alle selber erstellt werden oder gibt es bereits Module? Und natürlich gibt es bereits Module, die wir gebaut haben. Wir announcen heute, dass wir uns auch dem Gedanken des Open Source verschrieben haben und wir alle die Module, die wir gebaut haben, auf GitHub Open Source zur Verfügung stellen. Wir laden alle ein, daran mitzuarbeiten oder die Module natürlich als quasi Blueprints dafür zu nehmen, was selber gebaut werden soll. Es gibt detaillierte Documentation auf unserer Documentation Page und im GitHub Repository. Damit sollte es jedem möglich sein, relativ einfach und schnell neue Module bauen zu können. Ich möchte ein Beispiel geben. Ich habe als Test, als wir dieses Feature gebaut haben, das Salesforce Modul entwickelt. Das Salesforce Modul verbindet sich zu Salesforce und führt einen sogenannten SoCal Query aus, einen Salesforce Object Query Language Query. Damit kann ich alle Daten aus Salesforce abrufen und verändern. Das Bauen dieses Modules hat tatsächlich 20 Minuten gedauert. Es geht also wirklich mit dem Integration Framework ungemein schnell neue Systeme anzubinden und man kann nicht nur neue Systeme anbinden, sondern man kann zum Beispiel auch native Funktionalitäten wie Verschlüsselung und so etwas jetzt in Flows verfügbar machen, weil man natürlich den vollen Zugriff auf alle Module auch von Node.js hat, worauf das Ganze basiert. Die zweite Sache, die wir heute announcen, ist der Cognigy Live Chat. Viele unserer Kunden haben uns gefragt, wann bringt Cognigy eine Art Chat-Modul heraus? Wann bringt Cognigy die Möglichkeit heraus, dass auch Agents direkt mit Kunden sprechen können? Das ist etwas, was wir jetzt hier nativ mit in unser System eingebaut haben. Vorher war dies bereits möglich über verschiedenste Kanäle wie Facebook, Twilio oder Intercom, die denn da Handover nativ unterstützen, aber wir haben das Ganze jetzt hier direkt eingebaut für eine große Anzahl von Kanälen, Facebook, Line, Webchat und andere und das Ganze direkt in Cognigy AI integriert. Was das bedeutet, ist, dass wir nicht den Chat einfach nur übernehmen können und mit dem Kunden chatten können, sondern wir können auch als Agents AIs hinzuziehen, die uns bei der Kommunikation mit dem Kunden unterstützen. Das heißt, wir können über diese AIs wiederum Informationen aus Drittsystemen abrufen, wir können Informationen über den Kunden abrufen, wir können die AIs Informationen zusammenstellen lassen, also zum Beispiel Listen oder Galerien, die wir dann zum Kunden weiterleiten. Wir können als Agent auch die Kontaktprofile des Kunden einsehen und managen und wir können natürlich Transcripts tracken, das heißt, wir können Gesprächsmitschnitte tracken und verfügbar machen, wenn dies denn gewünscht ist. Das ist natürlich nach den DSGVO-Regeln optional. Ich glaube, das Ganze kommt am besten herüber, wenn ich den Live-Chat einfach mal zeige. Um das zu tun, werde ich versuchen, den Screen hier zu teilen. Und zwar gehen wir in das Trainingsprojekt, das wir vorher hatten. Ich hole mir den Travel-Chat, emuliere vielleicht wieder einen neuen User und kann jetzt mit diesem User hier einfach chatten und hier auf der rechten Seite lege ich jetzt mal den Live-Chat hin. Jetzt sagen wir mal, dieser User vertippt sich andauernd und sagt, where would you like to go? Und der User schreibt so etwas wie Bangkok. Er will nach Bangkok, aber er verschreibt sich. Sagt er, please rephrase. Er schreibt Bangkok und er schreibt nochmal Bangkok, weil er glaubt, dass es richtig ist und der Bot versteht ihn nicht. Natürlich hätten wir jetzt den Bot auch so konfigurieren können, dass er auch solche Tippfehler versteht, aber für die Demo haben wir jetzt einfach mal gesagt, okay, der Bot versteht es nicht. Sagen wir, do you want to talk to an Agent? Ich sage yes und er sagt, you are now waiting to talk to an Agent. Wir können sehen, der User ist auf einmal hier aufgetaucht im Agent-Chat in einer sogenannten Queue, also in einer Liste, die alle Agents einsehen können. Alle Agents, die denn da Zugriff auf dieses Projekt haben, in dem diese AI liegt. Der User könnte jetzt weitere Dinge schreiben, während er in der Queue ist und würde immer wieder diese Nachricht bekommen. Diese Nachricht ist konfigurierbar über Cognigy und auch dieser Knopf hier ist konfigurierbar. Wenn der User jetzt auf diesen Knopf drückt, kommt er zurück zum Bot und kann wieder mit dem Bot sprechen. Genauso kann man auch einen Intent definieren, um dahin zurückzukommen. Der Agent wiederum kann jetzt hier den Chat mit dem User einsehen und kann sagen, okay, ich möchte mich jetzt um diesen User kümmern und einen Takeover machen. Wenn ich jetzt sage, hi, this is the agent, bekomme ich jetzt hier die Nachricht im Webchat. Also können jetzt der Kunde und der Agent ganz normal miteinander chatten. Der Agent sagt jetzt zum Beispiel, how can I help? Und der User sagt so etwas wie, I want to go to Bangkok und dann sagt der Agent zum Beispiel, do you mean in Thailand? Der User sagt yes und wir wissen jetzt, okay, er meint eigentlich Bangkok und daher helfen wir ihm jetzt mal und wir helfen dem User jetzt, indem wir jetzt eine AI benutzen. Ich habe jetzt hier einen Travel Agent, das ist also ein Flow oder eine AI, die dafür gedacht ist, den Agent zu unterstützen. Diese AI kann nicht wirklich viel, die hilft mir dabei, Hotels in verschiedensten Städten zu finden und ich kann diese jetzt hier einsehen und kann jetzt mit einem Klick diese Informationen an den Kunden weiterleiten. Ich kann die, kann noch einsehen, was gibt es noch für extra Daten, kann das jetzt zum Kunden schicken, der Kunde bekommt jetzt diese Hotels und kann dort jetzt durchscrollen. Der Kunde sagt jetzt, oh great thanks und wir sagen, have fun, choosing a hotel, und beenden den Chat. Das Interessante daran jetzt ist, weil wir die Vollintegration haben zwischen dem Live-Chat und Cognigy, ist der Bot jetzt in der Lage, diese Hotels zum Beispiel in seinem Kontext zu halten. Wir wissen, okay, um welche Hotels geht es. Wenn der Kunde also jetzt ein Hotel auswählt, wäre es so, als ob der Kunde selber diese Liste sich quasi aus der Datenbank gezogen hätte und jetzt dort ein Hotel finden kann und jetzt seine Buchung durchführen kann. Er geht jetzt also durch, wird jetzt nach dem Anreisedatum, Abreisedatum und Ähnlichem gefragt. Cognigy Live-Chat ist ab heute verfügbar, ist es momentan noch in Beta, es ist ein sehr neues Feature für uns, aber wir wollen alle ermutigen, sich mit diesem Feature auseinanderzusetzen und wenn dort Zugang gewünscht wird, uns gerne kontaktieren. Es gibt noch etliche weitere Features, die wir, das werden wir jetzt nicht schaffen, die alle durchzugehen in der Demo, daher werde ich einfach kurz darüber sprechen. Wir haben in Cognigy das Konzept von NLP-Konnektoren, wir hatten bereits Konnektoren zu Cognigy NLP natürlich, Alexa Skills Kit, Google Dialogflow, Microsoft Lewis und haben jetzt auch noch einen neuen Connector zu IBM Watson. Wir haben es dann noch möglich gemacht, Daten nur in der Zukunft zu finden, Daten, also ein Datum, so dass ich zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel heute haben wir Donnerstag, wenn ich Dienstag sage, dann wird immer der nächste Dienstag gefunden und nicht vielleicht auch der letzte Dienstag. Eine große neue Änderung am System ist, dass wir unser Cognigy NLP-NLU in Version 2 zum Default gemacht haben. Das heißt, das neue Cognigy NLP ist jetzt der Standard auf unserem System. Wir sind super zufrieden mit dem, was unser NLP-Team dort zusammengestellt hat. Auf GitHub gibt es einen Performance-Test von Cognigy NLP im Vergleich zu Lewis und Dialogflow, vielleicht ganz interessant, sich mal anzuschauen und dort spielt Cognigy NLP und NLU auf jeden Fall jetzt in der ganz oberen Schicht mit und übertrifft teilweise sogar in wissenschaftlichen Benchmarks diese etablierten Tools. Zudem haben wir auch am User Interface gearbeitet. Man kann jetzt bei Intense Tags mit einfügen, bei den Example Sentences. Das heißt, ich kann Einträge, die in meinem Lexika vorliegen, jetzt auch dort in Beispielsätzen benutzen. Zudem kann ich Intense runter- und wieder heraufladen ins System, sowohl im JSON-Format, was ein eher technisches Format ist, als aber auch als CSV. Das bedeutet, ich kann Intense ab jetzt auch ganz komfortabel in Excel verwalten und kann diese dann ins Cognigy-System wieder hochladen. So können User, die eigentlich gar nichts mit Cognigy zu tun haben, zum Beispiel Content-Editoren oder ähnliches, ganz einfach Intense mitverwalten und diese können dann ins System heraufgeladen werden. Last but not least, ein sehr technisches, aber auch sehr mächtiges Feature, gerade für unsere Partner. In Cognigy gibt es die Funktion, Flows zu switchen oder Flows auszuführen über Execute Flow. Dies war vorher nur möglich über die Auswahl eines Flows in einem Dropdown-Feld. Dies ist jetzt auch über die Eingabe einer Flow-Parent-ID möglich. Damit werden ganz neue Funktionalitäten ermöglicht, die vorher nicht möglich waren. Wie gesagt, sehr technisch, aber ich denke, einige der User, die hier im Call sitzen, werden gerade ein großes Grinsen auf dem Gesicht haben. Gut, Cognigy 3.2, wann ist es verfügbar? Es ist jetzt bereits verfügbar. Auf unseren Online-Systemen ist es bereits überall installiert. Das heißt, wenn Sie Zugang auf einen Cognigy Enterprise SaaS Account haben oder auf einen Demo-Account, ist dies dort bereits installiert. Es ist auch bereits auf unserer Documentation verfügbar mit Upgrade-Instruktionen für unsere On-Prem-Customers. Cognigy 3.2 Training beginnt im Januar. Wir haben ein komplett neues Trainingsprogramm aufgesetzt, wo wir dedizierte Trainings für Entwickler und End-User haben und laden natürlich alle gerne dort dazu ein. wenn Sie gerne eine eigene Demo haben möchten, eine Session mit einem unserer Sales Reps oder Techniker, die durch Cognigy 3.2 oder Cognigy allgemein führen, dann können Sie die gerne bei uns anfragen, entweder per E-Mail, meine E-Mail-Adresse kommt jetzt gleich auf der nächsten Seite, oder aber auch auf dieser URL hier unten hello.cognigy.com slash Cognigy Minus Demo. Jetzt ist noch kurz Zeit für Fragen, daher schaue ich mal kurz in das System herein, was denn für Fragen gestellt wurden. Die erste Frage ist, gibt es beim Cognigy Integration Framework Limitierungen bezüglich der NPM-Module, die eingesetzt werden können oder checkt Cognigy alle Module, bevor sie ins System gehen. Allgemein gibt es im Integration Framework keine Limitierung, welche NPM-Module eingesetzt werden. Es gibt sogar noch nicht mal eine Limitierung, was für Code geschrieben wird. Das gilt natürlich hauptsächlich für unsere On-Premise Customer oder für unsere Managed Hosting Customers, denn wenn ein Customer dort gerne ein Modul schreiben will, was einen sehr langlaufenden Prozess zum Beispiel anstößt, dann ist das okay, auf einem Shared Environment wie Enterprise SaaS oder unserem Demo Environment lassen wir natürlich nur von Cognigy zertifizierte Module zu. Um die Antwort abzukürzen, wenn man eine On-Premise Lizenz hat oder ein eigenes Hosting hat, kann man dort jeglichen Code installieren, den man möchte, weil man selber die Verantwortung trägt. Wenn man ein Modul auf einem von uns gesharten Environment installieren möchte, muss dieser durch eine Cognigy Prüfung gehen und natürlich alle Module, die in unserem Github verfügbar sind, die sind auch auf unserer Documentation bereits zertifiziert verfügbar, die kann man dann dort auch direkt nach installieren. Eine weitere Frage, wie kann ich Cognigy 3.2 selbst ausprobieren? Die kam wahrscheinlich bevor ich die Antwort eben gegeben habe. Sie können, wenn Sie bereits einen Demo Access haben, können Sie den nutzen, wenn Sie ein privater Nutzer sind, können Sie auch die Cognigy Community Cloud nutzen. Cognigy Community Cloud ist eine kostenfreie Version von Cognigy zur reinen Privatnutzung. Das Ganze kann erreicht werden über www.cognigy.cloud Sonst, wenn Sie eine kommerzielle Nutzung vorhaben, kontaktieren Sie uns gerne, wenn Sie noch keinen Demo Account haben. Wir führen Sie durch eine Demo von Cognigy und geben Ihnen dann Zugriff auf Cognigy. Eine weitere Frage, bieten Sie Schulungen oder Beratung an? Wir bieten Schulungen an. Natürlich ist die Frage, um was für Schulungen handelt es sich? Wir haben Cognigy Schulungen. Das bedeutet, wir haben Trainings, das sind zwei Tagestrainings, in denen erklärt wird, wie benutze ich Cognigy, wie setze ich konversationelle künstliche Intelligenz mit Cognigy um. Normalerweise werden diese künstliche Intelligenz nicht von Cognigy implementiert, sondern wir unterstützen unsere Partner, wir haben ein sehr großes Partnernetzwerk von Internetagenturen wie zum Beispiel Netscan bis hin zu großen Implementierungsfirmen oder Beratungsfirmen wie Deloitte, die unsere Partner sind. Wir unterstützen diese Partner dabei, konversationelle künstliche Intelligenz zu implementieren. Wir haben dort eine große Ansammlung von Partnern, ich habe jetzt einfach nur zwei randommäßig herausgegriffen, die unterstützen wir dabei, Cognigy zu implementieren. Wir führen allerdings teilweise mit diesen dann auch Zusammenberatungen durch, weil wir natürlich echte Conversational AI Experten im Team haben, wie zum Beispiel Sascha Wolter, der dann nicht nur dabei hilft, wie implementiere ich die ganze Sache, sondern auch wie strukturiere ich konversationelle künstliche Intelligenz und so weiter und so fort. Dazu vielleicht, wir haben auch im Januar ein Meetup für Kunden und Partner, es ist bereits sehr gut gebucht, wir mussten das Buchungslimit hochsetzen, aber wenn dort Interesse besteht, gerne auch an uns herantreten, das Meetup wird, ich glaube es ist im Februar, am 7. Februar, wenn ich mich nicht täusche, in Düsseldorf, laden dort gerne zu ein, es ist kostenlos, dort kann man Leute vom Cognigy Team treffen, Neues über Cognigy lernen, Sascha Wolter wird dort auch präsentieren und ich glaube, das ist für alle ganz interessant. Gut, was haben wir noch? Ich versuche mich gerade immer hier durchzulesen. Wird dieses Webinar im Nachgang zur Verfügung gestellt? Ja, wir werden dieses Webinar im Nachgang auf YouTube hochladen und dann dort zur Verfügung stellen. Ich sehe, es gibt noch ein paar weitere Fragen, wir werden einfach im Nachgang an die herantreten, die wir jetzt hier nicht live beantworten konnten und werden die Fragen dann dort beantworten. Vielen Dank für Ihr Interesse an Cognigy, an Conversation AI und unserem neuen Release. Wir sind auf jeden Fall super stolz, was wir hier erreicht haben und auch super stolz, was wir dieses Jahr mit unseren Kunden und Partnern bereits erreicht haben. Es war ein Wahnsinnsjahr für uns. Wir sind im Bereich vier bis fünfhundert Prozent gewachsen. Conversation AI scheint etwas zu sein, was mittlerweile wirklich alle Großunternehmen sich gerne auf die Fahne schreiben möchten, dass sie etwas damit machen und wir freuen uns super auf 2019 und Sie alle dabei zu unterstützen, wirklich außergewöhnlich gute Conversation AI Lösungen zu produzieren. Vielen Dank, frohes Weihnachtsfest und bis bald.